Äh, das ist ein Dab. Ah ne, der macht so. Echt jetzt? Jaaaa! Wuhuuu! Herr Bolt, wie viele Rennen haben Sie gewonnen? Äh, ich glaub drei. Haha, drei Goldminalien. Danke Leute, danke! Ja, echt jetzt. Während der Spiele in China as Yusin Bolt nur Chicken Nuggets, da es die einzige Mahlzeit war, die er von daheim kannte. Die brauchen wir noch für den Dreh. Wir brauchen genau zwölf. Elf?